Nach der vollkommenen Marktsättigung mit kabelgebundenen Gurken-Storage-Produkten erreichten die Firma Speichergurke immer wieder Nachfragen nach kabellosen Lösungen. Wir bei speichergurke.de haben Ihre Anfragen zu Herzen genommen und freuen uns, Ihnen die LAN-Tomate Wireless Edition präsentieren zu dürfen. Mit der LAN-Tomate erhalten Sie eine robuste Storage-Appliance für Voice-Over-IT-Telefonie Wir würden dann die Unterlagen mitbringen Vorbereitet für Cloud-Computing und dem höchsten jemals bisher dagewesenen Tomatendurchsatz Eine robuste Cloud-Computing-Lösung mit hohem Tomatendurchsatz für Voice-Over-IT-Telefonie Ja, natürlich. Alles klar. Wir sehen uns dann nächste Woche. Alles klar. Ich muss los machen, gell? Alles klar. Nicht auslegen! Doch die LAN-Tomate kann noch mehr Normalerweise sind alle Mausklicks unverschlüsselt Verwenden Sie deshalb die LAN-Tomate als kryptografisches One-Time-Pad Jetzt sind alle Mausklicks verschlüsselt Es erscheint sogar das kleine Schlüsselsymbol Jetzt werden Sie sich fragen Wie ist solche Technik drahtlos möglich? Wie ist solche Technik drahtlos möglich? Es erscheint sogar das kleine Fragezeichen-Symbol Die Antwort auf diese und andere Fragen auf www.speichergurke.de Dafür stehe ich mit meinem Samen Und dann schauen wir uns welche Ich периode die Fragezeichen der